Der Stab erfüllt alle Wünsche, ist von allen Heiz begehrt. Er kann den größten Glück bescheren, der die Regeln kennt und ehrt. Kann in Andalasien denn nie einfach nur was erzählt werden? Nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Unser Zauber aus Andalasien, das ist's, was der stolze Stab enthält. Er bringt den Zauber aus Andalasien, auch in diese nicht sehr zauberhafte Welt. Dieses Geschenk bringt ihr Freude und Spaß, es bewies schon sehr oft, was Magie vermochte. Jedoch verwenden kann ihn einzig, allein nur ein echt andalasische Sohn oder Tochter. Eine echt andalasische Tochter Dieser Zauber aus Andalasien gewährt alles, was sie sich erträumt. Genießt den Zauber aus Andalasien. Und bei Fragen ist die Rolle euer Freund. Die Rolle? Du stellst der Schriftrolle eine Frage und die Antwort erscheint dir... In diesem Land wird sie dann wohl einfach gelesen. Wie kann man hier nur leben? Oh, na was sagt man dazu? Du bist eine echte andalasische Tochter. Tschüss. Hmmm... Die Rolle?